Ich bin wieder da, war irgendwas Besonderes? Ich weiß, dass ich es euch nicht sagen muss. Aber bitte, tut mehr als euer Bestes. Okay? Ich hätte ja keine Ahnung, dass du seit einer Woche einer solchen Belastung ausgesetzt warst. Da arbeitet man monatelang zusammen und spricht so selten miteinander. Bis zum nächsten Mal.